Ahhhh Wollen wir hier mal kurz gucken Dürfen gleich da sein Moment, ich bin sofort da Moment Ich bin da Warum Ich hab mich noch oben Ja, guck mal Ich bin exakt Warum Warum Ich bin exakt Warum 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 Ja, ich weiß Ich hab nur geklappt, ich bin über Munition drüber geklappt Hoppala Da gehts raus, Christian Danke, du hast mich Ja, ich war zu groß Ich hab mir vor der Tür gestillt Und auf einmal gehts auf und du fällst durch Hui Hui Ja, ich fand es auch Hui 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 Ach, wir sind den Rohren hinterher gelaufen Ach, wir sind den Rohren hinterher gelaufen Du wirst sowas nur Ja Aber das liegt daran, dass ich auch die Folgen erst letztens geschnitten habe, fertig Ah Wie war noch Nee, das ist falsch Wie mach ich nochmal So So, jetzt hat Oh boah, doch gehts aus, sie Oh boah, doch gehts naus Warte Ich weiß doch, dass wir das da Upsi, Upsi, Upsi Outdo Oh Jetzt hab ich mich ans Geschütz gesetzt Da 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 Hey, das tut Hey, das tut Hey, das tut mir Das war unser Fahrer, du Depp Der hat uns übers Auto gebracht Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Warte mal, warte mal... Warte mal im Moment Ich kann ja im Kopf auch mal Munition erfüllen Yes Okay, ich hab schon geglaubt, ich bin mit meinem Voraussitz eingestiegen Ich habe jetzt so lange Horizon gespielt, dass ich mich voll Gas gerade an den First Person Modus gewöhnen muss. Wir haben mal einige Zeit, dass wir Far Cry gespielt haben. Also ich habe nicht mal viel Ahnung, wie das geht. Wofür haben wir Applaus verdient, Lila? Also ich weiß, dass sie den zücken und haben immer Applaus verdient, aber wofür diesmal genau? Immer. Einfach so. Oh ja, Hoshi, du bist noch nicht so lange dabei, ne? Autofahren ist immer sehr lustig in Far Cry. Ich habe gerade erst vorher Far Cry schaue. Oma, ich sitzt drin, also ich vor und du sitzt drin und ich schaue auch mal weg und dann hier ist nur ein Dank, 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 Dank. Ich nehme Wetten an, wie lange das Auto hält. Hey, wir fahren echt gut gerade. Und wie viele Pferde sterben. Auto! Wir fahren noch. Du wolltest es ja verschreien müssen, oder? Wir fahren noch. Ey, es war so klar, dass du dich wieder verschreien musst. Wir fahren noch. Wir fahren noch. Es ist noch ein Problem oben. Wir fahren noch. Es blitzt. Moment! Wir haben durch. Ja? Wir fahren durch. Oh ja, durch ist die Meme. Warum haben wir keinen Handdruck? Wir haben einen Marker. Upsi! 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 So drei Sekunden später. Ja, war halt... Timing. Vielleicht nicht so gut jetzt, aber... Hallo! Wer bist denn? Du? Ich habe eigentlich Ollenomische verpissen. Ich auch. Aber ich habe auch nie die Anstalten gemacht, um die zu merken. Da ist ganz viel Zeug. Da ist auch Scheiß zu lesen, den ich niemals lesen werde. Weil wir nichts von dieser Story mitgekriegt haben. Überhaupt nix. Aber wirklich überhaupt nix. Ich komm. Alter, mir kommt es so vor, als würde... Die... Die... Christian! Ja? Christian! Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal in welche Richtung ich schaue. Oh, okay. Ich bin irgendwo hängen geblieben, also jetzt kannst du aufstehen. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht ist Karmageddon das Spiel für sowas. Was ist Karmageddon? Oh, Christian! Warte auf. Warte, Moment. Warte kurz. Bist du... Heroben? Ja, doch! Oh je! Oh je! Alles ist gut. Alles ist im grünen Bereich. Wir haben keinen Stress. Es läuft. Es läuft. Auf einmal ist einfach alles schief. Aber wir müssen da rüber. Offroad! Christian! So ein Quad ist für Offroad da Wasser! Eventuell ist ein Quad nicht für so Offroad da, als wir sie sitzen. Es ist kein Amphibienfahrzeug, also... Mir geht's super und dir so. Das stinkt abbärmlich. Das stinkt abbärmlich. Da geht's nicht rein. Nein, ich hab's gesehen. Da geht's nicht rein. Das ist einer von uns. Tschuldigung. Ich hab den blauen Punkt nicht gesehen. Was, als hätten sie die Umgebung gesichert. Die blauen Punkte. Ja. Das weiß er mit dem Auto. Das war ein Quad, möchte ich anmerken. Was bist du denn du? Du hast auf den Knopf gedrückt. Du hast auf den Knopf gedrückt. Ich hab auf den... Hätte ich nicht auf den Knopf gedrückt. Aui! Oh, Christian! Feuerwerk! Das war Zivilist. Oh, nachladen! Oh, heilige, da ist mir was explodiert. So, ich hab's gesehen. Den wollte ich eigentlich gerade töten. Morgen! Ja. Morgen! Warum hab ich eigentlich meine Pistole nicht in der Hand? In den Keller! In den Keller! In den Keller! Morgen! Hallo! Hat sie die Explosion von denen erwischt? Nein! Was ist denn das hier? Jelena! Oh. Entschuldigung. Du warst ein Ungewaffneter. In der Case, Leute, hier die Chemiewaffen herstellen. Die Bomben. Bumm, bumm, bumm. Dann müssen wir den Laden zerstören. Wir müssen den Laden zerstören. Wowie! Heute vielleicht nicht, wo ich nebenbei stehen. Doch, doch, doch. Das gehört schon so. Okay. Hä? Darum muss irgendwo irgendwer sein. Vielleicht ist der oben. Ich hab absolut keine Ahnung. Was müssen wir tun? Hacke den Steuercomputer in der Raffinerie. Okay. Den Computer doch. Genau. Beschütze mich. Beschütze. Ich bin dort zum Beschützen. Und auf deiner Tastatur zu stehen. Ich bin der Katze. Miau. Alter, Christian. Schnurr. Miau. Ich hab's gewusst, dass das Covid-19 selber machen wird. Da kommt welche. Wo? Da? Hallo. Ja, stell dich genau vor mich. Und was? Wohin denn? Ah! Alter, Christian! Ich bin so eine Nerfshow. Ich dachte, ihr jungen Leute liebt die Umwelt. Ihr werdet alle sterben. Sag mal, wo ist denn ein bisschen laut? Warum macht ihr sowas? Jeder weiß, dass das ein Himmelfahrtskommando ist. Äh, Granate! Ist nicht zu laut bist du zu laut hier. Ne, ist das auf mein Ohr. Ah, drohe ist ja ausgauen. Ja. Guten Morgen, Christian! Ich bin grad extra einmal rund rumgelaufen, weil die um die Stiegen rumruppen durch. Let meint den Mund in den Mund ins Geheimdienst,ıler. Aber was ist dein Reinigungsnummer? Ich hab' es sehr gut, was hat den Mund zur Verfügung. Ich hab' es sicher. Mit der Maustaste schießt man. soja drücken wir drücken ja ja drucken kno bitte ist der punkt hätte um uns eingesperrt das ist schlecht jetzt ja jetzt ach so ja dann lass mich sterben ist okay finde einen weg daraus ist jetzt auslegungssache ja ich bin da die sprengt die wand hinterhecken kann man sich verstecken ja warum brenn ich nicht gerade so ich muss mich heilen ich dachte du wirst ich glaube der treibt es gerade mit seinem wachsack ich bin einfach drüber gelaufen wie bist du einfach drüber gelaufen ihr habt meine füße ja ja ich habe den husten ich habe es verstanden granate warum ist denn da jetzt ein heli top da heli ist ja auch wenn ich sehe es grad da haben wir irgendwo fette ratatata ich such gerade ich habe nur ein leben du solltest dich vielleicht heilen ja ich habe gerade die fingerkrotten mit dem dunkeln kann man munkeln und nachts ist es kürzer als durch den wald ah ich liebe antivitze aber die schieße auch nicht auf uns die schauen uns einfach nur an Das neue Benzin gefunden. Hast du gerade den Benzintakt? Ja, ich hab Benzin gefunden. Hast du gerade den Benzintakt in die Luft gejagt? Na, ich hab nix da. Ähm, warum ist denn der, der, der große Tank da drüben? Ja, das sag ich ja gerade. Ich hab Schluck auf. Ich bin draußen. Wir müssen aus der Raffinerie entkommen. Du hast schon so fucking viel blaue Punkte, ich weiß nicht welcher du bist. Ah, da, ja, ja, hab dich gefunden, hab dich gefunden, hallo, hallo. Wir müssen aus der Raffinerie entkommen. Ja, ich bin direkt hinter dir. Hätte ich jetzt nicht so, so schwer gemacht irgendwie. Lauf schon weg, ich bin direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Du hast da, da, da. Ja, das ist eh. So. Eins, zwei, abgeschlossen, yeah. Also die Hubschrauber schauen uns einfach nur an? Sie schießen irgendwie in unsere Richtung, aber... Ne, die gucken wir einfach nur an. Ja, aber der eine schießt? Bei mir. Schießt er bei dir nicht? Ne, von mir schieben die da einfach nur. Nein, bei mir schießen sie zwar, aber... Sie schießen einfach in unsere Richtung, aber ich hab keine Ahnung wohin. Ich glaub, die haben irgendwie bei... Star Wars Bösewichten gelernt. Ach so. Witz, den ich nicht verstehe, weil ich keinen Star Wars kenne. Aber das ist ja generell ein Witz, weil Bösewichte nie treffen. Ach so. Ach so. So können sie keine der Bomben mehr bauen, die sie beim Hotel auf uns geworfen haben. Bösewichte. Ah, warte mal. Das ist falsch. Äh, Kuh. Es gibt immer neue Ziele. Wenn's dir nichts ausmacht... Warte. Ach so. Hast du grad aus Versehen Arme geschossen? Ja. Weil ich mein Auto... Weil ich unser Auto gerufen hab. Weil ich das Auto gerufen hab. Deswegen hab ich geschossen. Das hab ich nicht kommen sehen. Wir fahren jetzt... Ach so, du bist schon da. Wir fahren jetzt spazieren, bis wir den neuen Waypoint wissen. Okay. Ich bin voll bereit dafür. Klingt gar nicht. Es sind irgendwo Pferde. Weil wir brauchen keine mehr drauf. Nein. Ah. Es waren keine Bösen. Doch. Wanns? Da! Heli! Vor uns! Ich hab drauf geschossen ein paar Mal. Okay. Wir sind sogar... So kalt! So kalt! So kalt! Haha. Ach so. Moment. Warte mal. Direkt links raus. Direkt links raus. Direkt links. Also du brauchst doch nur einen links... Da... Da vorne links... Links. Wollt nen Waypoint machen. Ach, machst du das schon kaputt? Ja. Da schießen welche auf die großen Tanks in deiner Nähe. Ich glaube ich kann Muni schon mehr. Vielleicht jetzt? Grandi Tank. Gut, gut, Mocken. Bist du tot? Ich? Ne. Oh, Palme müde, Palme schlafen. Ich hab keine Muni mehr. Oh, da hab ich... Das ist Feuer. Oh. Oh, boom. Okay. Dann die Leute hier noch töten. Das Leben in diesem Land. Aber die müssen wir ja eigentlich machen. Nö. Nö. Hinten ist aber nur dank der Gasoline. Oh. Wenn es nachts kält ist, als draußen sollte man lieber zu Fuß als Berg aufgehen, weil es dann nicht zu dunkel ist, obwohl Berg auf ist eigentlich näher als zu Fuß und vor allem ist es wärmer als Berg ab. F? Nö. Mit was schmeiß ich denn Granaten? Nö. Mittleren Maustasten. Oh Gott. Ich soll in ein anderes Land. Oh, jetzt ist es schon... Oh. Ich hab's kurz gesehen. Der hat da so'n Rohr mit... Der geht mit dem Rohr spazieren. Der hat foifoi. Na foifoi. Prenni, 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 Prenni. Stop, drop and roll. Stop, drop and roll. Stop, drop and roll. Behauptungen einfach akzeptieren. Das Paria-System, die Hinrichtungen... Okay. Wir fahren einfach weiter. Wir haben ein paar von den Silos. Okay. Mit der Hand schmeißt man Granat. Ja, aber ich weiß halt manchmal nicht, wie man die benutzt. Bist du da? Ja, du bist da. Welche Taste ist die Handtaste? Ja... Maust 4. Ne, und das ist wieder auf Schrauber. Schraub, schraub. Gatata, äh... Gatata, vor gerade! Gatata. Ich fahr gerade. Na, du ist... Neeet. Doch! Na, du ist... Neeet. Damit her, sie steigt wieder in dein Auto. Content! Content! Und gleich müssen wir rechts... Content! Nicht rechts abbiegen. Oh, Hoshi! Und da kommen wir doch gerade! Ja, aber den Hoh anscheinend hat es zu kommen. Aua! Für den Hoh liebe die ein kleines bisschen, Yoshi. Hey, Hoshi. Nen, Yoshi. Nen, Yoshi. Nen, Yoshi. Du bist Hoshi. Mit H. Ohne Y. Nen, Yoshi. Mit H. Du bist H. Ach echt? Büssi wir. Weiß ich ja noch gar nicht. Kann man die auch zerstören? Ja, oi... Mit dem die Munition ausgeht. Da geht's mir leider auch gerade. weiter aber wir kennen über tote gegend ja ist ja gut manne was noch mal kurz zwei sekunden nicht auf ja ja ich konnte ja wein mal vor allem Du kannst es auch unter dem Fahrn ändern. Ja, warte mal kurz. Es geht nicht unter dem Fahrn. Ich hab's gewusst, dass du mich überfahren wolltest, aber du hast mich nicht überfahren. Du hast mich jetzt überfahren, ich bin tot. Und du wirst von einem Helikopter abgeschossen, ich hoffe, das Auto. Ich bin direkt mit dir jetzt geschwollen. Ich sitze im Auto. Bin im Auto gespawnt. Oh, ich bin im Vordersitz gespawnt. Ich kann nicht fahren. Aussteigen, aussteigen! Mädi! Moment, ich muss erst... Ja. Man kann vom Geschütz aus nicht direkt aussteigen. Man rutscht erst runter. Okay, darüber können wir laufen. Das ist nicht weit. 150 Meter, das schafft man. Ja, die lassen eh schon alles in die Luft. Das ist klein und schwarz und dreht sich auf der Wiese. Oh, ich bin gespannt. Boah, sie ist klein und schwarzen und dreht sich auf der Wiese. Keine Ahnung. Ich denke, ich habe wegen dir jetzt ein Ohrbogen. Und die Nippel durch die Lasche ziehen. Und der kleine Kurbel ganz nach oben drehen. Und da scheint dann sofort ein Pfeil. Und da drücken sie dann drauf. Und schon geht die Lasche aus! Äh, auf! Nicht aus! Aus! Und dieses Ding geht das Explosion. Ich habe leider nur noch 15 Muni. Äh... Jetzt habe ich keine Muni mehr. Du hast mir leider eben auch gemacht. Oder Granaten, oder... Jetzt habe ich meinen Feuerblaster. Feuerblaster! Ich habe nur noch den. Das hört sich an wie irgendein LG 1990-Grad 2000er. MANN! Au! Alles geht in die Luft und was mache ich? Ich schmeiß noch meinen Monotrop drauf. Jo. Ich bin ja explodiert. Ich zünde gerade eine an. Ich finde das gerade so super, weil du stehst auf der einen Seite vom Auto und brennst Richtung Auto. Auf der anderen Seite steht einfach ein Feind und schau mit dem Pardon. Ist hier nichts. Aua! Danke! Dafür ist es jetzt gestirbt. Das Auto dreist leider. Das ist schlecht. Aua! Ja! Ich habe eventuell erst einen Zivilisten getötet. Bitte! Du, ich habe gerade selber in die Luft gejagt. Okay, okay. Das macht alles wieder mit. Unser Auto kommt gleich wieder. Ja. Ja. Warum so weit weg? Keine Ahnung. Da kann man Munition aufladen. Ist der Panzer da hinten frei? Ich frage für einen Freund. Ich komme keine Munition auf. Ich schon. Bist du leer? Das ist halt leer. Ja! Ja! Verdammt! Du bist im Geschütz. Das habe ich auch gesehen, ja. Hallo! Achso, denke ich. Hi! I'm Jesus. Ich bin zum Geschütz! Achso, Entschuldigung. Ich komm nicht. Warte mal. Ich komm. Ich schaff's. Ich steh aufm. Ich... Ja. Mhm. Ich steh. Warte mal kurz. Ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Entschuldigung, ich habe deinen Witz nie aufgelöst. Tut mir leid. Das ist selbstverständlich ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Das ist selbstverständlich ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Oh. Oh, der verzieht ein bisschen. Der Shield, die das... Die Shield kann nur do explosion. Jujujujujuj. Wir müssen eventuell da rüber. Was schießt du denn da von hinten? Achso, das Helikopter. Wo ist ein Helikopter? Er ist eh nicht mehr da. Kein Stress. Uah. Ich steh von... Oh. Was passiert denn das schon alles? Wir haben hier drauf geschossen. Ich hab' hart. Jo, tschuldigens. Jetzt sind wir hier fertig. Jo. Dann muss man dahinter. Ja, okay, dann fahren wir jetzt so rum. Halt. So rum. Oh, komm. Ich schieße nur zum Aufschied ein bisschen rein. Bye-bye, Jungs. Ich hätte es eh sein immer wieder. Entschuldigung. Wir fahren rückwürzt. Wir fahren rückwürzt. Achso, wir fahren rückwürzt. Okay. Wir singen auch so langsam. Und das... Du... 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 Das war vielleicht der erste Hinweis da drauf. Ja. Da braucht der Panzer? Ja! Oder ist das einfach nur der Auspuff? Ja! Keine Ahnung. Momentiii. Ah! Wenn ich aussteck, bleib ich oben. Boah! Wenn ich so um mich rast, dann bleib ich gleich neben oben. Entschuldigung. Der Panzer ist scheiße. Der rückwürzt voll nach vorne zurück. Huch! Was machst du denn jetzt vor meinem Geschoss? Ha! Huch! Ha! 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 Nein, wir runterbefallen! Okay, dann wird's so schlecht. Tschuldigung, 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 tschuldigung. Reparieren, du scheinen. Du schaust mal an uns zu! Haha, pupsen! Na, ich bin schon wieder... Wie bin ich runtergefallen? Da wird's einfach nicht mehr stehen! Na, hör auf, ich will doch nur ins Geschütz! Ich will nicht 400 Meter pupsen! Was ist, dass es braun piept und fliegt durch die Luft? Was? Scheiße, mit Flügel. Ich weiß es nicht. Aber sagt Lila bestimmt bald. Wieso gibt's sofort die Lösung? Ein Kotkehlchen! Ich find' Gott, dein Arm mit Scheiße, mit Flügel, ich hab' nicht schlecht! Oh, Christian, du bist so langsam! Ja, und wann ich nur mit Pupsen vorankomme, was du hier machen? Du bist so'n Lacken! Du... vorst... beschissen! Ja, ich kann nicht mit durchfahren! Ich hab' hier nen fucking Panzer! Ja, damit kannst du jetzt recht mitten durchfahren! Der ist ja extra für unwegsames Gelände gemocht! Lass es! Komm' vorbei und sag' hallo! Ich mach' bum bum! So, ich war jetzt Ador! Hallo, Christian! Ich mach' die Dudes-Boot! Okay, ja, ich konzentriere mich auf die Tanks! Die haben eventuell einen Larm ausgelöst! Was bekommt ein Engel, der in den Hundehaufen tritt? Einen Kotflügel! Gut! 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 Gut, ging jetzt mal aus dem Weg! Ich muss doch durch! Hallo! Na, da schießt schon wieder ein Möse auf mich! Oh! Oh, du hast doch Typen vor mir explodiert! Ja, weil ich eventuell beim Pupsen... Ach so, du bist schon da! Ja, ja! Warum sitzt du jetzt wie auf meinem Platz? Ja, sie ist gut! Okay! Wir reparieren! Danke! Bitte! Da vorne stehen übrigens ganz viele Menschen hier, die was auf uns schießen! Ja, Moment mal, Bildring! Okay! Der lebt noch! Ha! Jetzt nicht mehr! Der lebt noch! Der lebt noch! Irgendein Hundesohn gehört mir! Okay! Du gehst schon! Au! Was hat dich denn da jetzt in der Luft gejagd? Ich bin ich nicht gegen die Goriya durchsetzen! Du musst das gegen die Goriya durchsetzen können! Das ist eine... Oh, das ist eine... Das ist eine... Ja, ich weiß auch wenn wir rein müssen! Ich glaube nicht, wir müssen kämpfen! Das... Wir müssen jetzt... Das ist... Das Lagerhaus ist! Loos geht's! Oh, muss ich jetzt echt aussteigen? Nio... Ich bin ich auch... Ach das... Ich bin nicht schon! Was? Munition. Ach, ich hätte da reinfahren können. Ne, dann wäre ich auch nicht weit gekommen. Dani, ich weiß ja nicht, wie die Libertad aussieht, aber la Moral macht keine Geschehung. Warten ist der Kale. Vergiss das Haus nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017